Von Anubis Motivation Über Rowley Winkler Kennt ihr noch Rowley Winkler? Den Super Heavyweight Bodybuilder Und zwar The Beast Lost All His Gains When Bodybuilder Retire Also wenn Bodybuilder in Rente gehen Gucken wir uns mal das Ganze jetzt hier an Rowley Winkler Legende Alter, der hatte so einen fetten Ärmel One of the most enormous Bodybuilders On the Bodybuilding Scene The Beast A huge Monster His competition weight Was over 300 pounds 126 Kilo Auf den Weltkampfwogel He has some of the biggest arms In the history of Bodybuilding 24 inches Oberarm wie Heiko damals The Biceps are crazy Bei dem war es halt oftmals So ein Condition Ding Dass der oft nicht in Condition kam Aber der Typ war einzigartig Look at those Tri-Sets Was ein Prinzeps, Alter Unreal Oh, Junge At the 2018 Mr. Olympia He was crowned favorite And took third place Rowley Winkler Many predicted a bright future War seine beste Form damals But a few years later Rowley suddenly lost Muscle mass Fans were upset What happened to him Why had all this insane muscle mass Gone And will he ever Bruder, jetzt sieht mit dem Auge aus wie Kyle Dahl West in Peace Will he ever return to the stage Stimmt auch Schulter abgerissen oder Bicepsehne Was sah so aus gerade Rowley Winkler Has come a long way From a beginner To a world famous professional bodybuilder His first appearance Was in 2005 And five years later In 2010 He competed In the Arnold Classic And took seventh place Boah, Junge Was ne Form Junge Guckt euch mal die tiefen Cuts in den Beinen an Wahnsinn Ja, ich kenn das Der wurde gecoacht von einer Frau Von so einer alten Omi Legende Ich hab ihren Namen vergessen Ey, das Paket So hab ich Rowley gar nicht in Erinnerung Weil ich den 2010 noch gar nicht auf dem Schirm hatte Irgendwann hat der ja so viel Masse aufgebaut Da kam den selten in so einer Condition Aber das 2010 wie der aussah ist Das sieht irre aus Auch ne richtig schöne Linie hatte der damals noch He showed an excellent shred And an impressive physique Over the years His form was changing Schwürst euch, der hat mir vorher besser gefallen 2010 Viel ästhetischer und viel schärfer So he was getting bigger And bigger He has been in the top 10 of Mr. Olympia Several times A lot of people started to see a good chance for him To become a champion one day The dude Mit der heutigen Elite noch Was a real freak He was so massive He was so massive evangelist But the man Was a real physique The guy Was a real physique He was so massive A been in the top 10 of the world But at the same time, his shape deteriorated, his waist got wider and his belly got bigger. Arnold complained that the aesthetics in modern bodybuilding was gone. Roley was so upset when he heard this, that he couldn't do anything about it. Because only the decreasing the muscle mass and size would solve the problem. Fortunately, after a few years, he was invited to Kuwait. Where two-time Mr. Olympian Big Rami and 2019 Olympian Champion Brandon Curry were training. That was also an era of Kuwait, Oxygen Gym and so on. There's a lot of people in the world. There's a lot of people in the world. There's a lot of people in the world. They're doing it with the best medications. They're doing it with masks and infusions. und werden da jeden Tag auseinander genommen im Training. Abdallah oder Abdullah hieß der Coach. Brutal, was die da für Zuchtbullen gezüchtet haben in Kuwait. Hier, da war auch der Coach kurz zu sehen. Hier, das ist der Herr, das müsste er sein, hier rechts im Bild. Bin mir aber gerade nicht ganz sicher. Und an dieser Stelle gibt es eine ganz kurz Werbeunterbrechung. Falls ihr mich supporten möchtet, Freunde, besucht auf jeden Fall esm.com. Dort sichert ihr euch mit dem Rabattcode William immer den besten Deal. Unter anderem beispielsweise auf ein leckeres Designer-Whey-Protein. Und schaut auch unbedingt auf OACE vorbei. Da findet ihr beispielsweise dieses wunderschöne Tanktop und auch andere geile Klamotten, die ihr auch im Alltag anwenden könnt. Ebenfalls Rabattcode William, alle Links immer in der Videobeschreibung. Und weiter geht's mit dem Video. In dem Oxygen Gym, da läuft einer rum. Ja damals, das ist auch schon fünf Jahre her, vier, fünf Jahre her. Da läuft einer rum mit dir, wenn du da trainierst, der räumt die ganze Zeit die Scheiben auf hinter dir und belegt die Geräte mit Scheiben. Krass, ne? Also da würde ich auf jeden Fall gerne mal pumpen. ...in dem Platz where champions are made. The best gyms, the best nutrition, and the best vitamins in the world. Vitamins, ist klar. Rolly began his transformation under the guidance of the experienced professionals and trainers. And They helped him. The huge monster man Guckt mal, was der dann noch für eine Taille gezaubert hat. Der hat dann... ...managed to get his waistline in shape. Evolved beast. Da haben die seinen Bauch mal eben wieder unter Kontrolle bekommen. Krass, ne? In 2018 at the Arnold Classic USA he took fourth place. War ein geiles Paket. Und nachdem er gewonnen hat den Arnold Classic Australia Titel und wurde ein Champion. Dieser Moderator, Kommentator, der das die ganze Zeit sagt, das hört sich an wie so ein Intro von so einem Rollenspiel am Anfang, der erste Szene, wenn immer so eine Vorgeschichte erzählt wird. In so einem RPG. Rolly Winkler. Everyone was shocked by seeing his progress. Ah, wilde Form jetzt hier wieder, ne? Mit der schmalen Taille. Hammer. How proportional his body was. Also wenn ich den jetzt vergleiche mit den Jungs, die bei der letzten Pro Show standen, ja, der hätte doch alle weggesmoked, der Kollege. A narrow waist. Der hätte Nathan D. Ascher und Regan Grimes komplett weggeballert. Broad shoulders and huge mass. He was unbelievable. vor dem Weg bin. Sehr gut. Das ist unser First People's Champion, Rawley Winkler! Entschuldigung! Es scheint, dass dies es war, die richtige Formulierung. Aber in 2020, während der globalen Pandemie-Restriktionen, hat er sick und ein Test verloren. Wie? Vor dem Kampf war der Corona-Positiv oder wie? Junge, wie scheiße ist das denn? In der Olympia, nur zwei Tage bevor der Kampagne. Stell dir mal vor, du preppst das halbe Jahr, eigentlich das gesamte Jahr mit Off-Season und Diät. Fliegst dann nach Amerika, willst du bei der Mr. Olympia mitmachen und dann bist du Corona-Positiv und kannst einfach nicht teilnehmen. Wie schlimm muss das sein als Athlet? Krank! At the end of 2021, Rawley stopped competing. Ben Werder 26, danke dir mein Lieber fürs Abo, ich mach weiter so. Und Fans all around the world began to ask him, Und was hat er gesagt, Und er hat gesagt, die Fans, give mir zwei Wochen. Give mir zwei Wochen. Und was hat er zurückgegangen? In zwei Wochen. Tja, hab ich mir schon gedacht, dass er Schulterverletzung hatte. Aber wie schnell der Körper sich verändert, das ist krass, oder? Wenn sein Wohl đi. Wohl Wohl Er war fast alle Masse. Er ist 45 Jahre alt. Viele Menschen glauben, dass es nur ein Herausforderer für den großen Mann ist. Und er ist nicht fertig. Und yet, will we see the huge monster back on stage? Globination. What? Wait. It's not easy. Find a way to get up. Move forward. Let's go away. Fuck it. Piumrat, ne side chest, alter. Ich komm nicht drauf klar, ne? Ask yourself. Am I gonna lie down? Or am I gonna rise? Krass. Also, Rowley Winkler, Legende, Alter. Wahnsinn. Aber ich glaube nicht, dass er noch jemals ein Comeback starten wird. Ja. Das hat, denke ich mal, auch einfach keinen Sinn. Er ist einfach zu alt. Die, die nach einer gewissen Pause nochmal ein Comeback gemacht haben, das war am Ende einfach meistens Käse. Sah nicht mehr gut aus. Und ich finde, vielleicht war es auch gut, weil er dadurch quasi den Absprung geschafft hat. Den Absprung wieder und einen gesunden Lebensstil jetzt pflegt und lebt, ne? Definitiv. Vielen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen, Freunde. Und falls ihr mich supporten möchtet, schaut auf jeden Fall bei esen.com vorbei. Mit Rabattcode William sichert ihr euch wie immer den allerbesten Deal. Beispielsweise auf ein leckeres IsoClear. Aktuell trinke ich sehr gerne im Sommer den Raspberry Geschmack. Gebt mir noch zwei Wochen. .com ist jetzt online. Da könnt ihr euch aktuell drei verschiedene geile Designs sichern. Alle Links wie immer in der Videobeschreibung. Und falls ihr auf der Straße oder im Gym den Dicken machen wollt, schaut unbedingt bei oace.com ab. Denn dort habt ihr auch immer den besten Deal mit Rabattcode William. Da gibt es zum Beispiel diese wunderschönen Tanktops, womit ihr wirklich im Gym aussieht wie eine brutale Maschine. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Schaut auf jeden Fall auch dreimal die Woche bei Twitch vorbei. Um 20.30 Uhr, Montag, Mittwoch, Freitag sind wir online. Alle Links in der Videobeschreibung. Vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal.